Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht. Zitat Ernst Bloch, das war ein deutscher Philosoph, hat gelebt zwischen 1885 und 1977. Herzlich willkommen zurück zu der Fälscherbande auf der Spur. Wir sind mit Karl wieder beim Atelier des Künstlers von Herrn Mario Santorini, die Montalban. Und wir steigen wieder die Wendeltreppe hinauf und hoffen, dass wir wieder die beiden Personen sehen, die wir vorhin noch zurückgelassen haben. Ja, da steht dann auch der Herr Schönbier in seinem Mantel und neben ihm der Künstler. Und er malt gerade ein Gemälde und das scheint mir sehr eine Fälschung der Venus zu sein. Und wir haben die Möglichkeit mit diesem Herrn zu reden, dem Banker Schönbier. Kennen Sie die Frau auf dem Bild? Das ist meine Verlobte. Ich will ihr das Bild zum Geburtstag schenken. Ach so, dann hat er sich ja direkt ein Alibi verschafft, warum er hier ist. Das gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit, so oft wie er möchte, mit dem Herrn Santorini in Kontakt zu treten, dass er ihm einen Auftrag gegeben hat. Und das schafft natürlich auch einen Zeitraum, in dem er hier unbehelligt ein- und ausgehen kann. Okay, ist natürlich auch sehr aufreizend, das Bild der Verlobten in der Auslandsschale. Und das ist ein ziemliches Limmelbild hier oben. Sieht echt schön aus, das Atelier. So wie man sich eben ein Atelier eines begnadeten Künstlers vorstellt. Und ich würde nur zu gerne nochmal mit dem Herrn Santorini reden. Und deswegen kommen wir einfach nochmal wieder. Wir haben ja die Möglichkeit, hier ein- und auszugehen. Nur nicht so schüchtern, junger Mann. Mein Atelier steht Kunstfreunden immer offen. Und da war der Herr Schönbier schon verschwunden. Aber das gibt uns die Gelegenheit, mehr mit dem Herrn Santorini zu sprechen. Ich will sie nicht stören. Kann ich mich einmal im Atelier umsehen? Aber natürlich! Es freut mich immer, wenn ich einen jungen Menschen in die Mysterien der Kunst einführen kann. Und hier hängt ein sehr, sehr interessantes Plakat, wie ich mich erinnern kann. Zumindest ein, naja, ein Plakat ist es nicht, aber das werden wir jetzt erfahren. Die Entwürfe sind nicht schlecht. Ich habe sie zur Ausschreibung der neuen Euronoten gezeichnet. Und ich finde es wirklich ganz toll, was es hier für Euronoten gibt. Und was für Vorschläge der Herr Santorini gemacht hat. Ja, wie er schon sagt, die Entwürfe sind wirklich nicht schlecht. Und was mich ein bisschen ärgert an unseren Geldscheinen, dass sie so emotionslos sind. Wenn ich mal eben ganz kurz in mein Portemonnaie greife. Oh, die ganzen Hunderter, die hier drin sind. Die 500er, alles nur lila, eine Scheine und gelbe und blaue. Ich meine grüne natürlich. In Wirklichkeit habe ich gerade einen blauen Schein in der Hand. Und da sind ja überall Brücken drauf. Architektur an der Front und auf der Rückseite Brücken. Und ein Bild von Europa. Das ist allerdings jetzt gerade der neue 20er. Ich habe auch einen neuen 10er. Da ist wieder Architektur, ein Torbogen auf der Front. Und eine Brücke auf der Rückseite. Und eine 5er habe ich auch noch. Ich habe wirklich nur die kleinsten Scheine hier. Das ist wieder ein Torbogen auf der Front. Und auf der Rückseite eine Brücke. Könnte aber auch ein Aquädukt sein. Irgendwo hier habe ich doch noch größeres Geld liegen. Ha, reingefallen. Ich habe kein größeres Geld hier liegen. Gut. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, ich finde das viel emotionaler, wenn man mal so ein Flugzeug draufpackt oder mal einen Flügel oder auch mal ein Gesicht. Weil, was mir besonders gefällt, die Währungen in den Vereinigten Staaten, der Dollar natürlich, mit Persönlichkeiten auf der Front. Man kann sich einfach mit bestimmten Persönlichkeiten identifizieren. Man hat Benjamin Franklin auf dem 100er. Das heißt, 100er sind Benjamins, ganz klar. Oder man hat eben nur George Washington. Dann ist man ein armer Schlucker und hat nur einen Dollar. Das ist natürlich schwierig, kann ich mir vorstellen, in einem Verband von Ländern wie Europa, wo man einfach unterschiedliche Kultur hat und nicht eine gemeinsame Vergangenheit sozusagen, sondern eher gemeinsam funktionierende Handlungsstränge. Es gab ja auch sehr viel Krieg, muss man dazu sagen. In den Vereinigten Staaten gab es natürlich nur Krieg innerhalb der Gesellschaft und gegen die Ureinwohner. Und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht ein paar Heldenfiguren auf sein Geld drücken darf und in Europa leider nur ein paar Torbögen und Brücken. Aber, ja, schade eigentlich. Ich hätte gerne eine Angela Merkel auf dem 5-Euro-Schein oder so. Aber ich glaube, das wird lange dauern. Dabei gibt es so bedeutende Persönlichkeiten in Europa. Ich meine, man könnte wirklich Erfinder und Künstler und Philosophen nehmen und die einfach abdrucken. Vielleicht einen Albert Einstein mal auf dem 50-Euro-Schein oder einen Da Vinci auf dem 500er. Das wäre einfach ganz großartig. Aber ich glaube, darauf können wir lange warten. Und irgendwie hat der 100er ein falsches Blau. Das ist eher so ein Lila. Was heißt überhaupt falsches Blau? Oh, der ist ja eigentlich sogar grün. Wisst ihr mal, wie schlecht ich mich auskenne mit großen Scheinen? Naja, okay. Und hier sind tatsächlich noch ein paar Fälschungen, die gemacht werden. Wenn man in Öl malt, muss man oft warten, bis die Farbe getrocknet ist. Deswegen male ich meist an mehreren Bildern gleichzeitig. Okay. Und gerade auf der Staffelei ist das Bild für den Herrn Schönbier die Venus. Was mich dabei aber wundert, ist, dass er keine Vorlage hat. Also ich hätte mich jetzt gefragt, ob er vielleicht ein Bild des Bildes, ein Foto des Bildes hier hängen hat, um das abzumalen. Aber er malt es ja offenbar frei aus dem Gedächtnis. Und ich finde, dann hat es schon wieder was ganz anderes. Weil wenn man ein Bild nach seiner Wahrnehmung reproduziert, ist etwas anderes, als ob man ein Bild nach dem, was man sieht, reproduziert. Und vielleicht ist der Sandorini doch ein viel größerer Künstler, als wir es vorher gedacht hätten. Und ich glaube, wir können hier noch dieses Bild hier anklicken, das an der Wand hängt. Haben Sie mal für ein Varieté gearbeitet? Ja, aber das ist schon lange her. Und hier sind wieder Blüten zu sehen. In diesem Fall sind es aber Rosenglüten. Und sie stehen stellvertretend für die schöne Rose von Capri. Ja, meine lieben Kinder, das ist sie. Die Frau, die Männerherzen schwach werden lässt. Unter dem Titel Colibri Varieté Theater. Okay, das ist ein Aushang eines Theaters, von dem wir nichts wissen. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Und die zweite Frage... Oh, wollte ich gar nicht. Und die zweite Frage stellen, die uns der Herr Santorini beantworten wird. Sie sind sicher sehr ärgerlich, dass ihre Entwürfe für die neuen Banknoten nicht ausgewählt wurden. Den hohen Herren in Brüssel fehlt eben der Kunstverstand. Aber sie werden schon sehen, was sie davon haben. Also haben die Herren in Brüssel darüber entschieden, wie so oft. Brüssel stellt sich über alles andere und lässt mal wieder... Ja, und markiert wieder den Dicken. Naja. Nun gut. Ich finde die Euro-Scheine gar nicht schlecht. Ich hätte mich aber trotzdem gefreut, wenn der Herr Santorini seinen Teil dazu beitragen dürfte. Wer soll denn das sein auf dem Bild? Das ist eine Kopie der Venus von Botticelli. Ich habe das Bild natürlich ein bisschen verändert. Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Vielleicht sollten wir einfach mal mit Tim zurück ins Atelier gehen. Und dort mal unsere Fragen stellen. Und tatsächlich ist wieder der Herr Schönbier da. Und er möchte wahrscheinlich seine Venus wieder etwas anders haben, als der Santorini es geplant hatte. Schade eigentlich. Interessieren Sie sich für Kunst, Herr Schönbier? Dann fragen wir mal diese Frage. Hast du was dagegen? Nein, eigentlich nicht. Ähm, okay. Ich fürchte, wenn ich jetzt wiederkomme, ist er wieder weg. Das müssen wir auf die Probe stellen. Hallo, junger Freund. Möchtest wohl auch mal Atelierluft schnuppern? Ja, es riecht nach Farbe und nach Genie. Kunst interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich bin hinter einer Geldfälscherbande her. Haben Sie davon gehört? Okay, mal sehen, wie er darauf reagiert. Da bin ich ja mal gespannt, ob er da die Ruhe bewahrt. Gehört schon. Aber nichts damit zu tun, wenn du das meinst. Na ja, spannend. Natürlich ist ein Fälscher immer der erste Hauptverdächtige in so einem Fall. Und da wundert es mich, dass wir die Ersten sind, die ihn mit diesem Vorwurf konfrontieren. Die hast du noch nicht gesehen, was? Das sind meine Entwürfe für den neuen Euro. Leider wurden sie nicht von der Euro-Jury ausgewählt. Tja. Ähm. Es fällt mir eigentlich ein bisschen schwer zu erkennen, wer diese Figuren sind. Allerdings gefällt mir der 20er ganz besonders. Ähm. Hätte man vielleicht eine andere Farbe wählen sollen. Aber mit diesem Flugzeug und dem Piloten finde ich richtig gut. Ich hätte erst gedacht, das könnte irgendwie der rote Baruch Hohen sein oder so. Aber das ist er sicherlich nicht. Ähm. Lässt du die Finger davon? Das ist Privatsache. Ähm. Okay. Dieses Bild hängt hier wahrscheinlich wirklich, ähm, als Herzensangelegenheit. Und, oh, wir können das hier noch anklicken. Ich sammle Kunstbücher. Leider kann ich mir nicht alle Gemälde, die ich kopiere, im Original ansehen. Ob der Santorini wohl einen Druckstock anfertigen könnte für falsche Geldnoten? Er müsste ja quasi wirklich eine Kopie anfertigen. Und das fällt so ein bisschen aus dem Muster, dass er eigene Entwürfe gemacht hat für den Euro. Denn eigentlich möchte er viel lieber fälschen, als sich etwas Eigenes auszudenken. Könnten Sie Druckvorlagen für Geldscheine nachmachen? Nee. Und jetzt fragt Tim genau das, was ich mich gefragt habe. Das ist ja großartig. Vielleicht könnte ich das. Aber warum sollte ich? Wie er da gelächelt hat. Ich bin ein international gefragter Künstler und habe so etwas gar nicht nötig. Hm. Naja. Da müssen sie uns erstmal von überzeugen, dass das so ist. Ich glaube, dass der Herr Santorini das Geld ganz gut gebrauchen könnte. So. Und jetzt stelle ich mir beide Fragen, beziehungsweise schauen wir beide Fragen an. Sie und Herr Santorini sind wohl alte Freunde. Wollen Sie das Bild etwa kaufen? Ich glaube, das mit der Freundschaft ist eine wichtigere Frage. Sie und Herr Santorini sind wohl alte Freunde. Welcher Anlass hat denn diese Freundschaft ausgelöst oder dieses Verhältnis miteinander? Nur der Auftrag, das Bild zu malen oder steckt da mehr dahinter? Wir werden es vielleicht noch erfahren. Da bin ich mir ganz sicher. Der Junge sauerlich. Deinen Vater würde ich allerdings lieber sehen. Ein armer Künstler ist immer auf der Suche nach einem Mäzen. Okay, und da revidiert er so ein bisschen seine Aussage, die er eben getroffen hat. Nämlich, dass er ein international gefragter Künstler ist und das Geld nicht nötig hat. Und jetzt hätte er gerne den alten Herrn Sauerlich als Kunden. Ich frage mich, was für ein Bild der malen könnte. Ich erinnere mich daran, dass der Herr Sauerlich ein Porträt des Firmengründers, das sich im Büro hängen hat. Ich weiß aber nicht, ob das ein Foto war oder ob das ein Gemälde war. Und für Willi könnte man wahrscheinlich ein Stillleben mit Schokolade machen. Ich glaube, ich habe jetzt den Plan ausgeheckt. Und wir werden alles daran setzen, dass Willi sein Stillleben bekommt. Das wird ganz großartig. Mit Schokoriegeln und mit Tafeln Schokolade, Schokoladeneis, das verläuft, all sowas. Siehst du, ich habe sogar schon als Plakatmaler gearbeitet. Eine Schokoladenverpackung wäre also kein Problem. Ich werde meinen Vater mal fragen. Natürlich, das wäre ein viel besserer Auftrag, wenn er einfach die komplette Auflage der Schokoladenriegel gestalten könnte. Produktdesign, das wäre super cool. Das würde ich auch gerne machen. Schokoladenriegel gestalten. Zum Beispiel, was gab es da? Diese Halloween-Schokolade, die Kürbisschokolade oder auch die Goldschokolade. Ich glaube, Maya Gold hieß sie oder Aztekengold irgendwie so. Oder für diesen großartigen Süßigkeitenladen aus Katjas Geheimnis, das Sweet Dreams. Da gab es ja auch so schöne Pralinen, wo man einfach gerne mal die alle probieren würde, was leider nicht geht. Können wir hier alles anklicken? Das Bild habe ich noch nicht verkauft. Okay, kann ja noch kommen. Ich lese eigentlich nicht besonders gern. Aber ich bin immer auf der Suche nach Vorbildern für meine Kopien. Okay, und ich wundere mich, frage mich, ob viele Menschen hier Bilder kaufen, die auf Stock sind sozusagen, also Bilder, die er gemalt hat, oder ob die meisten wie Herr Schönwärts zu ihm kommen und eigene Anfertigung haben wollen. Kostet wahrscheinlich mehr, aber ist auch viel individueller. Das können wir auch anklicken hier. Was ist denn das? Die habe ich ja noch nie gesehen. Kannst du auch gar nicht. Das sind meine Entwürfe für die neuen Euroscheine. Leider wurden sie nie realisiert. Kannst du auch gar nicht. So viel Geld wirst du nicht besitzen, Willi. Naja. Es gibt ja sowieso nur noch digitales Geld auf Plastik. In späteren Zeiten. Da erinnere ich mich an den Fall Panik im Internat. Da hat Willi ja eine Kreditkarte. Und ist damit doppelt so cool als alle anderen. Ist die Versuchung da nicht groß gleich, Geldscheine zu kopieren? Naja, hat er ja schon gemacht. Also, warum nicht? Das Risiko, dabei erwischt zu werden, ist viel zu groß. Außerdem bin ich ein ehrlicher Fälscher. Ich signiere jedes Bild mit meinem eigenen Namen. Ich glaube, da ist auch der springende Punkt, ab dem man Fälschung machen darf. Wenn man die Unterschrift des Malers fälscht, ich glaube, ab dann ist es kriminell. Und alles, was er macht, ist noch im Rahmen. Ist natürlich auch komisch, wenn man einfach Fälschung verkaufen darf. Also jetzt die Venus-Machmalen und sie verkaufen. Aber ich glaube, der Patti-Jelly oder wer hieß, ist dann nicht mehr besonders sauer. Den juckt das quasi nicht mehr. Und jetzt frage ich mich, ob ich wirklich die zweite Frage auch gestellt habe. Ich gucke einfach nochmal nach. Da haben sie im Moment schlechte Karten. Mein Vater hat schon den Museumsneubau unterstützt. Aber vielleicht möchten sie eine neue Verpackung für Sauerlechschokolade entwerfen. Genau das. Ähm, ich glaube, da ist der Herr Sauerlech ein Gönner. Das wäre keine schlechte Idee. Große Kunst für großartige Schokolade. Und man muss ja auch mal dazu sagen, es gibt ja immer ein Zeichner dahinter. Hinter diesen Screens. Und ich finde schon, dass er bei diesem Screen echt eine ganz tolle Arbeit geleistet hat. Wenn man sich nur überlegt, wie viele Gemälde er sich hier überlegen musste. Klar, er musste eine stilisierte Form der Venus erstmal malen. Und natürlich auch die ganzen anderen Kunstwerke, die hier hängen. Auch unten in dem Bereich, wo der Rembrandt und all diese Gemälde hingen. Die waren ja, glaube ich, auch leicht stilisiert. Sicher bin ich mir gerade nicht. Aber die waren auf jeden Fall sehr homogen in die Umgebung eingefügt. Und auch der Zeichner dieser Screens hat die Scheine hier in der Vitrine gezeichnet. Was ist denn das? Die habe ich ja noch nie gesehen. Und die sind alle ganz toll. Kannst du auch gar nicht. Das sind meine Entwürfe für die neuen Euroscheine. Leider wurden sie nie realisiert. Genau. Und wenn er sagt meine, dann meint er natürlich den lieben Zeichner. Der hier für das Ganze verantwortlich ist. Und der ist in diesem Fall stellvertretend durch diesen Santorini. Würde mich wundern, ob der vielleicht ein Selbstbildnis des Illustrators ist. Wo wir doch schon so viel über Selbstbildnisse erfahren haben im Laufe dieses Falls. Wirklich spannend. Interessiert Sie das Bild oder sind Sie eher ein Bewunderer der schönen Damenwelt? Natürlich gilt meine Aufmerksamkeit zunächst einmal der Dame. Aber der Künstler hat sie auch wirklich gut getroffen. Ich glaube, der Herr Schönbier hat eine wirklich attraktive Freundin. Aber davon haben wir ja schon von den Klatschweibern gehört, dass er einen schnellen und teuren Wagen fährt. Und eine hübsche Freundin hat. Und wie er sich das alles leisten kann. Und auch sein Kleidungsstil lässt darauf schließen, dass es dem Mann ganz gut geht finanziell. Und ich glaube, der fährt gerade ziemlich auf der Erfolgsschiene. Als Kassierer an der Bank. Und er kann sich auch ein privates, ein personalisiertes Gemälde leisten. Und das ist alles nicht so ganz nachvollziehbar für uns. Du bist sicher das Modell, das mir die Künstleragentur schicken wollte. Endlich mal ein hübsches, junges Mädchen. Ach du Schande. Da muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Santorini. Ich bin Gabi Glockner, die Tochter von Kommissar Glockner. Ach du Schande. Ein 14-jähriges Mädchen auch noch. In einem Atelier. Ich glaube, wir haben hier wirklich nichts verloren. Ist das eine Freundin von Ihnen, die schöne Rose von Capri? Gerda Schnabel alias die schöne Rose von Capri kenne ich schon lange. Wir haben damals zusammen in Varieté gearbeitet. Die schöne Rose von Capri. Gerda Schnabel also. Es wird immer spannender. Ich glaube, was zählt, ist immer nur die Farbe, die auf der Leinwand landet und nicht daneben. Da muss man, glaube ich, sehr beneibel drauf achten. Denn jeder Pinselstrich sollte gewollt sein von einem richtigen Künstler. Wie du siehst, bin ich ein vielseitiger Mann. Das sind ausnahmsweise einmal Originale. Leider entschied sich die Jury des Euronotenwettbewerbs gegen meine Entwürfe. Tja, das ist es nämlich. Ich glaube, der könnte ziemlich deprimiert darüber sein, dass, wenn er einmal etwas Eigenes schafft, es nicht anerkannt wird. Und das könnte ihm diesen letzten Anstoß gegeben haben, tatsächlich Geld zu fälschen, um quasi auch seinem Schicksal da eins reinzuwirken. Ich habe das Bild einem Gemälde von Botticelli nachempfunden. Es stellt die Geburt der Venus dar, der griechischen Göttin der Schönheit und Liebe. Tja, im Römischen war es dann die Aphrodite. Alles ein und dieselbe Gottheit und stellvertretend durch unseren Planeten, die Venus. Ist es eigentlich sehr teuer, ein Bild von sich malen zu lassen? Wie man es nimmt. Aber so ein hübsches Mädchen wie du braucht sich darüber keine Gedanken zu machen. Ein Modell wie dich malt doch jeder Künstler gern. Ach, Gabi wird schon wieder von Komplimenten überschüttet und müsste hier wahrscheinlich nicht mal Geld dafür zahlen, dass der liebe Herr Santorini sie malt. Hoffentlich alles im Rahmen. Okay, wir fragen nochmal die zweite Frage. So, wenn ich mir nochmal so einen Geldschein hier angucke, dann besteht er doch aus viel mehr als nur Malerei. Okay, es ist sehr viel Grafik darin und die Elemente, die einst wahrscheinlich gezeichnet wurden, wurden später illustriert und digitalisiert. Das Ganze wird auf so eine hochwertige Technik produziert, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man eine sehr gute Fälschung nur mit dem Pinsel herstellen kann. Und wenn es nur eine Vorlage ist, es geht vielmehr um einen Druckstock, den man anfertigt und dafür braucht man natürlich auch das richtige Werkzeug. Und da ist natürlich immer noch die Frage, ob der Herr hier in der Lage wäre. Aber er sagt ja, möglich wäre wahrscheinlich alles. Man muss es nur wollen. Ich glaube, dass der Herr Santorini den Willen dazu hätte und ein wenig resigniert genug dafür wäre, das auch wirklich durchzuziehen. Und ich glaube, wir haben erstmal wieder unser Pensum erreicht. Und was wir als nächstes machen werden, ist auf jeden Fall weiterhin versuchen, den Detektivausweis auszudrucken, aber vielleicht auch nochmal den Herrn Schönbier einen Besuch abzustatten. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, das sind alles Fragen, die wir uns in der nächsten Frage stellen. Und es wird mich natürlich wieder sehr freuen, wie der einschaltet und wir vielleicht auch beim nächsten Mal lernen, wie wir denn endlich unser Geld fälschen können. Mithilfe des Malers und vielleicht auch der Copy Queen, die am Ende dann für den Druck zuständig ist und wir dann am Ende auch wirklich reiche Detektive sind. Ich hoffe es natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal.